...Kurti Cobain, der ja inzwischen tot ist. Er konnte nicht gut mit Waffen umgehen. Aber der kommt als mein drittes Kind wieder auf die Welt und diesmal dann als Mädchen. Das glaubst du wirklich? Ja, weil er ein Mädchen ist. Ach so. Hat man auf seinem letzten Video schon gesehen, hat er sich auch schon immer als Mädchen verkleidet. Er hat sich einmal im Leben rasiert und schon wieder gleich missverstanden. So, das wird jetzt heißen, das Lied? Das heißt, You're the King of My Heart. You're the King of My Heart. Und Sie, meine Damen und Herren, haben große Chancen, Kings und Queens unserer Herzen zu bleiben, wenn Sie sich nächste Woche wieder in die NDR Spätshow einklinken. Und unser Gast wird sein Hella von Sinnen. Sie dürfen trotzdem zuschauen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mitmachen wollen, schreiben Sie an den NDR. Wir suchen noch junge und noch etwas älterer Talente. Und nun zum Schluss dieser Show Nina Haben. Und nun zum Schluss dieser Show Corona. Now, would you believe me when I told you I'm the queen of your whore? Would you believe me when I told you I'm the queen of your whore? Would you be my love? Yeah, could you be my love? Yeah, could I be your lover? Would you be my love? Yeah, could you be my love? Yeah, could you be my love?